Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, dessen Gegenwart mich derart berührt hätte wie die Eure. Vielleicht bedeutet das nur, dass ich hoffnungslos romantisch bin, aber so ist es nun mal. Ich hätte nichts gegen eine engere Beziehung zwischen uns einzuwenden, my lady. Sofern das für euch annehmbar klingt. Nichts würde mich glücklicher machen. Nun, also... Dimmel Vielen Dank.